Hallo, mein Name ist André, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-Thus. Ich möchte euch jetzt unseren neuen Spezialenlossatz zum Ausdrehen von rundgedrehten Schraubenköpfen und Muttern vorstellen. Dieser beinhaltet 12 Teile von Schlüsselweite 8 bis Schlüsselweite 19 und dient dazu, runde Schraubenköpfe, die durch nicht mehr maßhaltige Werkzeuge oder Überbelastung nicht durch Standardwerkzeug ausgedreht werden können, wieder anzugreifen und dieses Problem entsprechend zu lösen. Ich habe hier einen Schraubenkopf, der über den normalen Schraubenschlüssel mit Schlüsselweite 14 nicht mehr zu greifen ist und deshalb nicht mehr gelöst werden könnte. Die Nuss mit speziell linksdrehenden, konisch zulaufenden Schneiden greift über den Schlüsselweite des Sechskants und kann somit wieder einen kraftschlüssigen Antrieb herstellen. Zum Antrieb meiner Nuss verwende ich entsprechend einen Zwölfkant. In dem Fall ist es für den Antrieb des 14er Schraubenkopfes ein 16er Schlüssel, der mit einem Zwölfkant ausgerüstet sein sollte, um entsprechend hier wieder kraftschlüssigen Antrieb herzustellen. Die Besonderheit unseres Werkzeugs besteht außerdem darin, dass in den Spezialnüssen eine Bohrung vorhanden ist und wir beschädigte Sechskantmuttern auch über Stehbolzen lösen können. Mit diesem Spezialnüssen könnt ihr das Problem bei rund gedrehten Schraubenköpfen wieder lösen.